Es gibt wichtige Fragen, die ich als Bürgermeister der Stadt Brummer-Fürde lösen will. Dazu zählen für mich ganz besonders die Schulen. Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler gehen nicht in Brummer-Fürde zur Schule, obwohl sie hier wohnen. Woran liegt das und wie lässt sich das ändern? Und warum brauchen wir ein verlässliches Ganztagsschulangebot? Mehrere Grundschulen wurden vor Jahren geschlossen und in Brummer-Fürde zentralisiert. Viele Familien haben deswegen Brummer-Fürde als Schulstandort den Rücken gekehrt. Viele Kindergärten bieten eine Ganztagsbetreuung. Im Gegensatz zu den Grundschulen, hier fehlt sie. Das müssen wir ändern, denn sie ist eine wichtige Voraussetzung, damit junge Familien ihre Zukunft in Brummer-Fürde planen und nicht anderswo. Und sie hilft den Eltern, Familie und Beruf zu vereinen. Aber sie ist auch wichtig, um soziale Rückschritte zu vermeiden. Denn nicht alle Kinder haben das Glück einer gesunden Mittagsverpflegung oder eines geregelten Nachmittags. In Schulen kommen unsere Kinder zusammen. Sie lernen andere Familienhintergründe kennen und schließen Freundschaften. Im Ganztagsschulbetrieb kann mit Vereinen und Institutionen zusammengearbeitet werden. Brummer-Fürde bietet ein umfangreiches Sportangebot. So könnten zum Beispiel Fußball, Tennis, Handball oder Rudern auf der Oste in den Schulnachmittag integriert werden. Auch eine Chance für die Vereine Nachwuchs zu gewinnen. Kirche, Feuerwehren oder die Musikschule könnten das Angebot erweitern. Aber neben dem Konzept einer Ganztagsschule spielt auch die Schulform eine wichtige Rolle. Mein Ziel? Für alle Brummer-Fürder Kinder soll es in Brummer-Fürde eine für sie passende Schulform geben. Dazu möchte ich einen Dialog mit allen Beteiligten anstoßen. Mit Eltern, Schülerinnen und Schülern, mit Lehrkräften und der Politik. Das gilt auch für die Teilhabe von Kindern mit Beeinträchtigungen. Hier werde ich mich für die Idee von Kooperationsklassen einsetzen. Eine vielfältige Schullandschaft mit attraktiven Arbeitsplätzen. Auch als Anreiz für fehlende Lehrkräfte. Gute Schulen stärken soziale Strukturen, bereichern unsere Gemeinschaft und sind ein entscheidender Standortfaktor für unsere Oste-Stadt. Darum ist mir das Thema Schulen so wichtig. Schülerflucht stoppen, Schulen stärken. Das möchte ich als Bürgermeisterkandidat erreichen, über alle Parteigrenzen hinweg. Ich freue mich, wenn Sie mich dabei unterstützen und mir am 12. September 2021 Ihre Stimme geben. Ich kandidiere als parteiloser Bewerber für Brümmer Fürdes Bürgermeisteramt. Ich bin Michael Hannebacher und meine Partei heißt Brümmer Fürde.